Hallo und herzlich willkommen zu Syndicate Games oder wie auch immer das man nennt. Die zweite Runde. Die zweite Runde, diesmal halt mein Battle gegen Tom. Diesmal freue ich mich da raus. Mr. Klopapier LP, hallo. Wenn wir Death Island spielen. Hallo. Ich habe sie gemacht. Also das ist ganz recht, ne? Ja, ist ja. Death Island haben wir ja noch nicht gespielt. Warte, ich schnapp kurz meine Nase aus. Ich warte auf den. Irgendwie er da... In meinem Video habe ich mich wahrscheinlich ziemlich erkältet angehört. Also ich habe es mir angeguckt und es hat sich irgendwie so richtig angehört. Ich habe mich so richtig heftig erkältet. Ja, bist du auch. Es geht. Nachdem ich ja bei meiner Runde dicke Lust habe, muss ich ja jetzt Tim nochmal töten. Hallo, du hast gebrannt. Schon bemerkt? Das war auf jeden Fall eine gute Runde. Dazu sagt Tim erstmal nichts. Püpp. und zwar finde ich als allererstes gut spielen die taverne oder was auch immer das heißt ich glaube es heißt ja was hast du kevin oder tevin kevin mit c oder a steht doch da map info keine ahnung was das heißt aber ist ja auch egal wir sind ja auch die spieler und nicht die map bewährte oder namen mit der map bewährte einfach nur irgendwelche typen die spiel hier sind nicht irgendwelche wissen jetzt haben wir unseren kanal namen geändert oder so und wir heißen gar nicht mehr titel okay genau nicht die map ach kevin vielleicht sowas wie cave äh cave kevin ja ich weiß nicht nope ach da drinnen oh der hat schon wieder schwirrt irgendwie muss ich immer deine runde hochladen weil die dann immer besser ist hä wie hast du mich noch gesehen man ich habe mich nicht getroffen ahja ich hab wirklich keinen effekt bekommen mann ich hatte ihn voller wucht getroffen boah ey wieso lade ich eigentlich immer meine runden hoch die sind halt immer doof das hat ich finde die geil die mir finde ich am besten irgendwie weil ich mag die aber hier habe ich noch kein ender chest gefunden bisher ich habe ein weil ich sporn immer direkt bei einer ender chest ne bei dieser anderen map wo wir gerade hatten ja ich auch ja ach du auch hast du auch enderpellen gehabt ja fünf stück ja man hat ja immer enderpellen stimmt das vergesse ich irgendwie immer ja alter wie viele schwerter äh ich hab kein schwert sechs schwerte hast du auch eins tim ja oder drei ich hab sogar schon hm dir rüstung gibt's überhaupt dir ne gibt's nicht aber es gibt diamanten glaube ich oder weißt du ja erst hätte ich es dir sogar abgenommen und so hier mittlerweile nicht mehr nein ok man sieht hier meine aufnahme gut ja schon wieder nicht mehr ja hitte mich doch noch mehr sechs schwerte ich kann genug auf dich drauf haben ach komm ey du bist so doof gewesen ne also ich hätte das Geld zugemacht hinter dir ja nein 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 ich hab mich doch noch mehr man ohne witz das ist echt langweilig das ist doch echt mehr als langweilig oh ne hast du nicht mein Tim in meiner runde ne du hast das war doch genauso das ist doch echt langweilig ne tolle runde wenn Tim keinen Spaß dran hat und dann auch noch aufnimmt ja 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 hast du verloren ja oh nein wie viele haben wir schon gespielt? eine ne ey das ist jetzt nicht dein Ernst oder? ich glaube wir haben erst einen gespielt zack der ist angepisst äh ja ähm kann ich nicht mehr gar nicht auf man ich vergesse das immer ach so deswegen sehen die erfahrungsflächen so komisch aus die haben extra so die haben extra für ein plugin so geschrieben damit die nicht auf dem Boden rumliegen und die anderen Leute einsammeln die für dich unsichtbar sind äh ja weiß bescheid ne und wie die immer alles essen ey man bekommt so selten irgendwie nen Bogen ne die ist ja auch schon mal aufgefallen ich weiß auch nicht andauernd welche schießen aber der Bogen ich hab noch nie einen ich hatte einen in meine Runde hatte ich einen ja wir nehmen das im Anschluss auf deswegen kann ich mich noch genau an meine Runde erinnern ne doll ich falle aus der Welt hä boah fällt sie auch aus der Welt dann verlässt du dich auf diese wunderschönen Golddruckplatten ne und dann funktionieren sie nicht hallo 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 ich kann welche sehen Auch. Ach, lol, man kann alle sehen. Also. Tschüss. Hey, du hast es überlebt? Lol. Da bist du. Na klar hab ich es überlebt. Ey. Ey, wie? Achso, ja, ich hätte dir drei Herzen abziehen müssen. Och man, ich hab nichts mehr zu essen. Ist ja auch dieser Hunger-Buck. Ich glaub schon. Ja, ist ja alles Bucket. Achso, komplett Bucket hat den? Ja. Der Hunger-Buck, das... Aber manche selber haben den doch behoben, oder? Der Hunger verliert, liegt am Bucket. Und das ist wieder so ein anderes Spackenkind. Oh. Ja, was ich halt sehen kann. Ich hab hier sogar schon wieder zwei andere gesehen. Ich hab hier nicht rum. Ja. Es. Hm, geil. Ich verhunger gleich. Ich hab gar kein Essen. Ja, ich hab noch mehr als genug. Echt? Ich hab fast gar nichts. Nee, ich hab gar nichts. Oh, wenn man mich finden würde, wär ich jetzt eine leichte Bräute. Aber du findest mich ja leider nicht. Dann seh ich wieder jemand anderem. Dann ist das Plugin mit dem Sehen und Nicht-Sehen noch nicht so ausgereift. Ey, ich werd verlieren. Die hab ich noch nie. Krass. 10 Minuten Showdown. Wart, so lange spielen wir jetzt schon? Hm, nee, in 10 Minuten. Ist Showdown. Ja, 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 ja. Ey, das kann doch nicht. Wie hast du mich denn schon wieder gefunden? Nein, Tom, also weißt du eigentlich, du bist genau in die Tau hochgegangen, wo ich eigentlich schon oben war. Und dann wollte ich auf die Grunde springen und bin ganz runtergesprungen, während du halt auf halber Höhe warst. Und du hast es nicht mehr gekriegt, dass ich hier nicht mehr runtergefallen bin. Ich war da oben noch nie, ne? Ja, ich weiß, hab ich auch gemerkt. Hey, das waren doch, oder? Nein, das waren jetzt vier. Ich hab eine gewonnen und du hast drei gewonnen. Ja, hab ich. Ich spiel noch eine fünfte. Zu Death Island. Ja, das war die Bescheidze, wenn ich die spiele da jetzt noch mal. Oh, das war so cool, als ich hier getötet habe. Wie ich dich getötet habe, das war so cool. Das ist richtig fungemutig. Leute zermetzelt, oh ja. Bist du tot? Nee. Was ist? Oder siehst du andere People? Nein. Hallo! Hallo! Du hast kein Schwert gefunden in der ersten Kiste. Du hast wahrscheinlich eins gefunden. Ey, nee, oder? Mann! Da dachte ich, dass ich dich reingehabt hätte. Boah, Alter. Nur jetzt ist ja langweilig. Nee. Ich mein, jetzt suche ich lieber wieder eine Kiste. Ich glaube schon eine. Alter, ich werde bei Skype angerufen. Das war eine tolle Runde, ne? Die Arena ist echt cool. Wir wünschen euch noch viel Spaß heute. Hoffen, wir haben euch amüsiert. Ich habe gerade das Hühnchen umbenannt. Wie heißt das Hühnchen bei dir? Ihm, die Dex, die Challenge der Player jetzt. Ja, jetzt heißt es. Okay, Challenge der Player. Okay. Ich kann die noch challengen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Viel Spaß. Guten Nacht. Äh, guten Morgen. Äh, hallo an alle. Äh, tschüss, tschüss und tschüss und tschüss und nochmal tschüss. Hallo. ööööööööööööähäyäyoo,